Am 14. März haben Sie die Wahl. Sie wählen einen neuen Landtag und bestimmen darüber, wie sich das Land Baden-Württemberg entwickelt. Die Herausforderungen sind groß. Mobilitätswende, Pandemie bewältigen, die Wirtschaft wieder in Schwung kriegen, Klimawandel, Energiewende. Die Themen gehen einem nicht aus. Wissen Sie schon, wenn Sie wählen? Wenn nicht, kann ich Ihnen einen Tipp geben. Roland Zitzmann kandidiert in Feigenenz für den Baden-Württembergischen Landtag. Und er will etwas bewegen in Baden-Württemberg, kennt sich aus in Infrastrukturpolitik, Energiepolitik, interessiert sich für die Entwicklung seines, ihres Bundeslandes. Ein Mensch, dem die Zukunft nicht gleichgültig ist, der mitgestalten will, der sich einbringt, in der Kommunalpolitik schon Verantwortung übernommen hat und jetzt seine Zeit Ihnen zur Verfügung stellen will im baden-württembergischen Landtag mit einer starken Mannschaft, um Uli Rühlke, um Baden-Württemberg nach vorne zu bringen. Das Land kann mehr. Mehr Marktwirtschaft, mehr Verantwortung. Das Land kann auch mehr Freiheit. Und wenn Ihnen diese Werte wichtig sind, empfehle ich Ihnen, Roland Zitzmann, mit Ihrer Stimme zu wählen. Eine gute Wahl!